Enjoy präsentiert Das Bundesliga-Tagebuch von Lukas Der heißt genau wie ich, ne? Exklusiv bei Enjoy Lieber Tagesbuch, hier spricht Lukas, ne? Pff, Oike, ey Schlafen macht viel mehr Spaß als Arbeiten, ne? Pff, bescheuert, ey, naja Ich grad bei Schweini, also Basti-Schweinige klingelt von wegen so Ey, Basti, von wegen so Kommst du runter zum Spielen und so? Aber Schweine dann so über Sprechanlagen von wegen so Ne, Lukas, ne? Ich lieg mit Grippe im Bett, ne? Ich dann so Ey, Schweini, ne? Du hast denn Grippe, ey? Schwul oder was, ey? Du vollidiot oder was? Schweini dann so Ey, ne, Lukas, sehr witzig, ne? Mir geht das nicht gut, ne? Ich mach grad Wadenwickeln und so Ich dann so Ey, Schweini, ne? Wadenwickeln oder was, ey? Haben die in die Hosen gemacht, die Babys, die Waden oder was, ey? Naja Gestern beim Team-Meeting bei FC Bayern Wirst du denn, Uli, also Uli Hoeneß zu uns von wegen so Ey, Jungs, ne? Wahrscheinlich bekommen wir einen neuen Spieler für FC Bayern, ne? Ich dann so Ey, Hoeneß, ey, du Mathematikanfänger, ey Wozu brauchen wir denn noch mehr Spieler, ey? Wir haben doch schon mehr als L, du Voll Naja Ich will mich jetzt noch schnell bewerben für das perfekte Dinner, ne? Ich hab ne Taktik entwickelt, wie man gewinnt, ey Einfach kochen, was allen am besten schmeckt, ne? Als Vorspeise gibt's Chips Als Hauptgericht Chips Und als Nachspeise gibt's Chips, ne? 100 Punkte, ey Gewonnen, ihr Vollidur, ne? Naja Ciao dann erstmal, ne? Dein Luca Noch mehr Comedy hört ihr täglich bei Enjoy Einschalten Enjoy the music